hallo ihr lieben bei youtube und herzlich willkommen zu einem neuen aufnehmen von the richard 3 zweitemal ich anfange eigentlich hatte ich eben gerade fünf minuten lang eine facecam eingebaut für euch funktioniert leider nicht weder über greenscreen im hintergrund noch über den eingebauten greenscreen von nvidia es hat vor dem spiel gut geklappt denn dann beim spiel hat unfassbar geruckelt die kamera ich setze mich damit noch mal auseinander nächste woche ansonsten gibt es der bums wieder zurück und dann kaufe ich mir irgendwann nächstes jahr das sony spiegel reflex links dafür keine ahnung kostet im unteren dreistelligen bereich sage ich meine geht alles noch so heute sollten wir eigentlich kein schnee haben und das war da stehen genug habe heute elf stunden geräumt elf stunden oha aber nicht mit der hand so ihr liebt sorry dafür aber ich lasse etwas einfallen bezüglich dass es in zukunft doch ein bisschen mehr dauerhaft facecam gibt für euch so let's go wie du hast mit hand geschoben oder wie sie ausraubt und ermordet nicht mit mir da ist aber jemand empfindlich sie weg weil immer noch da verdammt schnapp die kommt ja auch noch dazu dass ich extra diese scheiß lichter umgebaut habe für die kamera und jetzt geht die kamera nicht und jetzt bin ich beim switch nicht so gut ausgeleuchtet was macht ihr da aber läuft es läuft besser micha hallo micha hallo micha wie geht es dir geht es dir besser so ach wir können die noch ausrauben dann gucken wir mal was aber immerhin schon mal besser das ist schon mal die hauptsache okay ach so ne hier falsch doch nicht war richtig war richtig fest meine füße waren gefühlt wie eis ab woher das kann ich mir vorstellen füße wenn die füße kalt sind das ist ich misst ganz großer mist wir machen hier neben quest wir machen mal so ein renn kurz ne es ist gar nicht so weit weg ja es läuft sauber machen wir mal kurz so ein renn ist ja ich um die ecke naja bin immer weg die ee macht das was sie ich wünsche dir was was haben wir denn da bandit die zwei schläge weg ist er gar kein problem die gene nehmen wir natürlich alle wieder mit haben wir uns ja letztes mal ein kleines bisschen wieder auseinandergesetzt das ding hatten wir schon ja das ausgegraut wenn das ausgegraut ist dann hatten wir das glaube ich schon mal ne naja na gut ich weiß gar nicht was das für ein rennen ist pferde rennen und nimmst du nun teil oder nicht das ist nicht nötig solange du bei sonnenuntergang hier bist und gold zum wetten dabei hast das ist gut weil ich weiß nicht wo lang es geht das ist sehr schön dass er uns hilft das ist gut weil ich weiß nicht wo lang es geht hallo nein oh alter computer wirklich ey mann 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 ach so hier ist richtig okay das ist immer doof da hoch guck kurz den hier reiten oh was scheiße oha er hat eine Abkürzung genommen ach ich hab mich verritten ach kacke man ach Bogdan wo ist ein Bogdan jetzt hin scheiße also heute wird nichts mehr gehen also wisst ihr ne heute ist der Tag gelaufen ja jetzt oder was super ey einmal verreiten ist okay aber das war ja gerade na super was wäre ne so ein Eselrenn würde ich aber das nur verwenden ach so ein Eselrenn wäre schon ja ja komm ich will es nicht hören ist mir egal das drück ich jetzt echt scheiße ey Mist aber auch na man muss auch mal man muss auch mal verlieren können können wir ja jederzeit nochmal machen naja gut das sind die Nebenquests eine schwarze Perle so suche das Nieders im goldenen Stör machen wir starten wir die Nebenquest aber ich gucke hier vorne mit Plütze ran da ist er so let's go baby ach man es hätte alles so schön werden können ich versuche das morgen nochmal mit ne morgen geht nicht streamlips OBS raus ich versuche den ganzen Bums nochmal mit OBS im zweiten Tab also nochmal öffnen ich glaube das wäre besser ich finde also ich könnte definitiv nicht mit OBS streamen also da weiß ich nicht wie ne na man ist es nicht gewohnt ne man ist es nicht gewohnt als Tier ne aber an scheiße kannst du dich ja noch nicht gewöhnen so was der Zaul ist so schmal und ich reite dagegen ich wäre immer noch für Licht eine Plötze irgendwie warte mal wir gucken mal ganz kurz nicht dass wir da irgendwie auf dem Weg was äh liegen lassen wo müssen wir hin da hoch das ist ja nicht alles eigentlich könnte ich doch einen verspeckten Schatz mitnehmen hier oder wir reiten mal bis hier wenn wir eh auf dem Weg da hoch sind machen wir das lieber so springen nicht so schnell Plätze was sind das zu viele Leute darf ich mal danke dann machen wir das mal ganz gewilzt nehmen wir den wieder runter von der Map und gehen zum Schatz ups da ist er ah wie war das noch mit dem Nektar Druckwelle ne das ist nicht dein Tag ok machen wir gleich den haben wir denn hier schönes wie war das denn hier so blau ich glaube er war mit Druckwelle ne Schlüssel zu einem Schatz gut das verrät uns nicht das ist einfach nur die Quest dann die kommt ja Druckwelle war es scheint doch nicht wie war das jetzt noch mal keine Ahnung na gut ok gucken kurz noch mal hier rum da ist auch so ein Ding wieder er zeigt sich ah wie hatte ich denn das gemacht ah kann es sein dass dass es ohne Schwert war na gut bevor ich gleich tot bin ich meditiere hier mal ganz kurz Meditation würde ich mich hier noch mal ganz gerne umschauen oh was haben wir denn da oh alter diese Viecher ne so der zeigt glaube ich nur da ok sonst ist hier nichts da auf dem Wasser hier Kisten gut bei treibolben jetzt sind wir gleich schon wieder voll weil das hätte auch alles Geld was man hier liegen lässt das will ich ja auch nicht wie viel haben wir jetzt aber na gut noch geht's ok wo müssen wir hin einmal hier rüber ich will nach möglichkeit trotzdem nichts liegen lassen wenn da irgendwo Wassen sind oder so auch wenn es das Inventar zumüllt aber das ist halt auch alles Geld oh ach sagt bloß flups auch ein schöner Move gewesen so gleich sind wir überladen pass auf einmal noch einsammeln überladen ne noch nicht ok gut 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 nein ok wir müssen da hoch auf dem Weg dahin ist aber eigentlich nix nö also gehen wir den machen wir das gleich so den düsen wir da gleich hin ja nee noch nicht erstmal hier rüber kommen da vorne ist ein Weg ruhig so let's go los lauf sucht die achso das war's ok ok heute ist die halbe Mannschaft schon wieder nicht erschienen ein Schwert kann jeder schwingen das brennt jetzt ja hab ich ne rüppel bin ich sagt's ja das begreift mal ein Arm bezüglich Kamera vielleicht klappt es ja bei anderen Spielen vielleicht würde es beim eigentlich klappen oder beim tiefsimulatum man weiß es nicht wie gesagt ich schaue mich da noch rum das war jetzt aber auch immer die virtuelle Kamera von dem Bums Dings ne vielleicht lags auch da dran ich probiere mich nochmal hm hm ach er hier ach ne der sieht nur so aus wie der andere in der Tat du gehst auf irgendeine Reise und suchst einen Begleiter richtig nicht irgendeine Reise sondern übers Meer hör zu naja getötet letztes Mal als ich 1242 zur Infanterie kam hab ich meiner geliebten Letter versprochen lebendig unverletzt und mit einer Perle aus Gällige zurück zu kommen einer seltenen und sehr wertvollen schwarzen Perle so so große Pläne vielleicht aber das waren leere Versprechen ich kehrte aus den Kriegen zurück doch hielt niemand Wort jetzt ist es aber soweit wenn nicht jetzt wann dann die Sache ist nur ich bin inzwischen alt geworden wie du siehst ich schaffe es nicht mehr alleine ich brauche eine starke Schulter und Hexer sind auch stark und doch was sagst du also ja der Plan ist wirklich verrückt aber er klingt auch sehr reizvoll wenn du mich bezahlst helfe ich dir mach dir um Geld keine Sorgen ich habe genügend von den Fronten mitgebracht dann treffen wir uns ins Gällige an der kaputten Brücke bei Arjenbjörn Machen wir Machen wir aber auch direkt ne jetzt noch was anderes das ist ja sehr blödsinn in Ordnung klingt gut wir sehen uns dort ja dann wieso zeigt er mir jetzt nicht an wo ich hin muss das ist kein Mist sondern erfahrung die leute bauen aber der platz ist ach das zeigt er wahrscheinlich allgemein nicht an jetzt wird's das Spiel aber wissen wa jetzt wie bei Battle auf dem Server hier das zeigt er an ok ok schwarze da ist er ok im Leben muss man was riskieren ok also eingestürzt nördlich von Arjenbjörn ok wo haben wir das denn zeige mal wo haben wir das oh das muss ich jetzt echt suchen und es die Hey, wo ist denn das? Da ist es nicht. Okay. Hey, Spiele. Oder ist es vielleicht auf anderen? Jetzt ist es doch, wie bei er, hat ja gesagt, Skelliken. Super. Aber, nee. Okay. Trotheim. Alter, wie viele Fragezeichen hier sind. Vielleicht ist es auch irgendwo unter dem Fragezeichen, ne? Skelligton ist andere Map. Ja, aber Skelligton ist auch nicht. Ne, hier ist, genau, das ist Skelligton jetzt. Aber hier ist es auch nicht. Vielleicht ist es irgendwo hier eins von den Fragezeichen noch. Das kann ja auch sein, ne? Das sind halt noch nicht erkundete Orte. Der zeigt hier halt auch an, dass ich da hin muss. Darum kann er mir wahrscheinlich auch nicht anzeigen, wo ich hin muss. Weil das noch nicht erkundet ist. Achso. Ich düse da mal rüber. Dann klappern wir mal ein paar Fragezeichen ab da drüben. Ich scheisse unterbringend. Das ist es eigentlich auch nicht